herzlich willkommen liebe freunde der fotokunst herzlich willkommen hier in meiner unserer manufaktur bei fotokunst im quadrat da wir uns schon nicht auf der meeting minger treffen können persönlich sprechen und 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 habe ich gedacht ich lade euch hier in meine manufaktur ein und zeige was es alles schönes gibt und das motto dabei lautet foto trifft holz ich möchte euch ein paar dinge zeigen ich beginne direkt mit dem highlight schlechthin mit dem foto block deluxe das besondere hierbei alles handgefertigt das ist europäische buche geflemmt geschliffen lackiert das foto kommt auf die nach vorne drauf das wird dann abschließend mit kunstharz überzogen so dass es eine ganz einzigartige oberfläche gibt und das macht es so besonders deswegen heißt es foto block deluxe den gibt es in zwei größen einmal als mini und einmal als maxi dann haben wir den klassiker den foto bock block einmal in natur für die farbigen motive und einmal in schwarz für die schwarz weißen motive wer ist sehr persönlich mag warum nicht einfach dein porträt auf einem foto block von diesen macharten oder als wandbild auf holz hier habe ich verschiedene planken zusammengefügt geflemmt und das foto hier aufgebracht so dass es ein sehr rustikalen eindruck macht ist im übrigen auch möglich als wandbild du siehst es im hintergrund mit motiven die du im shop findest natürlich möchte ich dir auch nicht vorenthalten was noch möglich ist das ist nämlich meine feinart fotografie auf zeichenpapier in farbe in schwarz weiß mit motiven aus münchen mal von oben mal von unten mittendrin und ja es gibt alle hand zu gucken wenn du willst ich lade ich einfach mal ein im shop zu stöbern vielleicht findest du ja motive die dir zusagen du kannst du wie gesagt in diesen macharten bestellen falls du nicht schlüssig bist ob und was und wie ruf an schreib uns wir beraten dich gerne ich wünsche dir eine gute zeit und sag bis dann tschüss